Hallo, da bin ich wieder zurück mit Terraria und meinen Jungs von Amüsiert Tablette. Oh shit. Oh shit, genau. Das war Quatschkau. Du darfst Hallo sagen. Hallo. 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 Und Hackbart ist auch da. Scheiße. Hackbart. 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 So, Fledermaus und alles. Was ist hier los? Wartet mal. Ich seh hier eigentlich nur ein bisschen. Ich häng hier gleich mal was ran. Da, da ist ein Banner. In der Nähe dieses Banners machen wir Bonusschaden gegen Höhlen, Fledermäuse. Ah. Boah, Killer. Was? Kennst du dich hier aus, ey? Es steht immer alles dran. Ich geh da nur mit der Maus drüber. Oh, Silberherz. Oh, oh, oh. Oh. Ganz klar, du wolltest doch auch mit der Eisenbahn mal fahren, oder? Ja. Wo waren die? Ach, hier war die. Komm mal. Ja, ich weiß hier. Ja. Warte, genau. Fledermaus. Warte mal. Was macht denn Tom? Oh, mit Tom kann man reden. Warte mal. Ich will mal mein Gold wieder herholen. Das war, glaube ich, mein Gold, was hier liegt. Was kann ich denn bei dir kriegen? Blue, count and white. Gib mir mein Gold zurück. Bone Arrow, Bone Torch, Goldstab. Liegt das hier nur? Oder habe ich einen Lag? Was ist da schon wieder los? Ah, da liegt Gold und ich kann es nicht aufheben. Manu. So. Manu. Hä? Wo bist denn du? Ach, da. Du weißt nicht was. Du treffst alles hinter dir her. Was? Ja, dein Inventar ist bestimmt voll. Nein. Ah, jetzt habe ich es gelootet. Ach, da unten seid ihr. Hä? Bei mir wart ihr eben da links. Oh, da ist ja noch ein Grabstein. Moment, denne ich auch nochmal mit. Das ist bestimmt meiner. Oder? Klong. Ah, cool. So, komm mal her. Hier, warte mal. Mal gucken, ob das klappt. Oh, nee. Hä? Ich wollte dir den geben. Ach, guck mal, das ist noch ein Besuch. Ah, cool. Ja, du kannst auch, ohne, kannst du auch drauf. Das ist doch nur so ein Holzteil. Jetzt hast du mein. Genau. Rechtsklick, genau, auf die Dingens. Dann hast du auch ein Holzteil. Was auch immer du getan hast. Nach links, oder? Zu diesem Häuschen? Ach ja, nach links. Nach links? Genau, nach links. Dann nach links. Links, links, das andere links, Sansi. Ja, ich muss ja erstmal, das dauert ein bisschen, bis er wieder umschwenkt. Ich war ja schon links. Wow. Was, unter Wasser? Ja, ja, immer weiterfahren. Ganz cool, ganz cool. Oh, ich sehe nichts. Bums. Kann ich eine Fackel rausholen? Oh, das ist ja geil. Wie komme ich hier wieder raus? Ihr müsst dann halt hier mal irgendwo rechts springen und ganz viel, ganz viel Leertaste. Bring mal, ähm, links auf die einen kleinen Vor... Ja, genau. Ups. Ihr müsst an mich denken, ich habe hier nicht so ein komisches Ding, ne? Ja, ich mache, ich versuche normale Vorsprünge zu bauen. Ich habe nur mal eben das Wasser abgelassen. Ah, wuhu. Achtung, da oben sind wahrscheinlich fiese Gegner bei diesem Haus. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Ne. Ups. 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 Blühenden Pilz eingesammelt. Was ist da? Ist das eine Kiste? Ja, ich blute da mal was draus und gebe euch das gleich. Ein Dominopfeil und ein Flammenpfeil. Hm. Da war jetzt ein Wiederbelebungsarmband. Macht langsam... Ah, Vorsicht! Oh shit, das ist unten. Cool, ey. Hm, schade. Kommen wir nicht hoch. Warte. Achtung, Wurm, ne? Hä? Glühender Pilz. Keine Ahnung, warum aber... Ja, kannst du glühende Pilze und so weiter einfangen. Die brauchen wir dann irgendwann mal für irgendwas. Das Gute ist, wenn die glühen, dann müssen wir hier wenigstens nicht irgendwie selber was machen. Hä, was machen die? Wenn die hier alles glüht. Ach so, und die machen Licht, oder wie? Ja. Oh, ah, 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 ah. Hier ist irgendwas. Ich wollte doch nur den Pilz hier haben. Oh, wieso geht das nicht? Bei mir leckt das heute so doll. Oh, da fällt was. Oh, ah, ah, ah. Da ist irgendwas von oben gefallen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich komm ja runter. Was, was, was? Ja, wenn ich den so auf Abstand habe, dann geht's. Hier ist eine Kiste, mach mal auf. Eine Kiste. Warte, warte, ich geh weg. Oh, Heiltränke, Wurfmesser. Wurfmesser, das ist doch was hier für dich, oder nicht? Ja, das Wiederbelebungsband habe ich auch eins. Goldmünze, was haben wir hier? Wurfmesser, Silberbarren vier, Dominofeile. Aber das, das... Dann geht's doch noch weiter, oder nicht? Das Wurfmesser... Drei Heiltränke ist ja nicht verkehrt. Kannst du nicht jetzt auch so weit entfernt da immer dingsen? Nee. Oh, Bombe. Nehmt euch mal die Heiltränke raus, die da drin sind. Für jeden noch einen hier. Oh, das sind ja richtig gute. Ich hab nur die kleinen. Oh shit, jetzt bin ich voll. Ich glaub, ich lass mal den Grabstein hier. Hä. Da ist noch ein Heiltränk drin, ne, Crunchy? Ja, ich hab Heiltränke in Massen. Ach so, dann nehm ich den... Dann nehm ich den mit. Hier oben ist ne Truhe. Wow, was? Wow, wo kommt denn die her? Ah, man kann hier jetzt ein Boss-Monster herbeirufen. Aber das lassen wir mal lieber. Sandiger Block. Teleportationspotion. Nachteulentrank. Erhöht die Nachtsicht. Heiltrank. Silberbarren. Okay. Dominopfeil. Dynamit. Oh, hier sind schon wieder hier Kronleiche und alles, ne? Ich, ich glaub, ich... Oh, hier ist ein, hier ist ein, hier ist ein, hier ist was drin, was wir gebrauchen können für oben. Geil, oh. Äh, so ein, so ein Umwandler, was der auch immer umwandelt. Da ist Gold, ne? Hier drüben. Wenn ich das richtig sehe. Da links, ja. Abbauen, abbauen, wir brauchen Gold. Oh, 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 oh. Haps. Alles. Boah, ey, was wir hier alles entdecken. Aber da oben sind auch unsere Höhen, die wir schon vorher mal hatten, glaub ich. Äh. Äh, diese haben wir ja nicht beleuchtet, ne? Da auch ganz oben auf der Map. Also noch weiter nach oben, mein ich. Ja, wir buddeln uns jetzt einfach von unten nach oben wieder durch. Irgend nach einem Plan. Hier drüben ist noch Eisenerz. Moment. Da kommt was auf euch zu, das sieht, achso, ne, das ist Zandt. Da kommt was auf euch zu, das sieht grausam aus. Ah, da habt ihr wohl recht. Hier ist Eisen, glaub ich. Oh, guck mal. Oh, ist das denn? Oh, ist das denn? Wieder so ein Wagen. Nee, das war und. War das nicht? Bei mir sah es aus wie so ein Wagen. Ja, da freut meine Rohe, warte mal. Ja. Wir sind die Kletterer. Voll cool. Wir sind hier und wir sind überall. Gummibären, ja. Oh, guck. Oh, da war eine Falle. Ah, guck mal, und hier waren wir. Schon mal. Oh. Da ist noch eine Falle. Komm, mich hat was vergiftet. Okay. Ach, da unten ist irgendwo irgendwas. Ja, da war eine Falle. Das könnte auch eine Falle gewesen sein. Ja, die hat da schon wieder. Ah. Ja, hier waren wir schon mal, genau. Hm. Ja, wie komme ich denn jetzt hier? Ich, wie bin, ja, das sieht gut aus. Da, ein weiter noch, ein weiter noch. Das kannst du noch abbauen. Ja, ich will das hier abbauen. Aber ich wollte eigentlich, äh, von oben das abbauen. Also ich wollte hier hin so, aber das geht nicht. Fahr, ich, fahr ich denn jetzt runter? Nö, fahr ja gar nicht runter. Ich hab eine Tür mitgenommen. Warte mal, so. Haha. Hab ich jetzt eigentlich eine, ich hab immer noch eine Holzhose. Ich glaub, ich muss mir mal eine Rose bauen. Hauptsache, da ist Eisen mitgenommen. Ja, hier waren wir schon mal. Also hier ist ja eindeutig, dass wir hier schon mal waren. Ah, da drüben ist sogar noch Eisen. Ich glaub, das haben wir ja mal fluchtartig verlassen wegen irgendwas. Ah. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum wir das Eisen nicht weggenommen haben. So. Dann kann ich Zanzi gleich ihre, ähm, Dingens bauen. Ja, das war, was heißt das? Was ist das denn, ja? Damit sie nicht mehr hosenlos durch die Gegend rennen muss. Da drüben ist ein roter Bewege. Holzhoselos. Äh, holzhosig. Erstmal bist du hosenlos an sich, oder? Was? Ja, hier ist eine Treppe, die hatten wir hier gebaut. Haha, Zanzi ist hosenlos. Was ist denn das hier? Ist das hier auch noch was? Ja. Was ist das da unten? Da drunter, rechts drunter. Das sieht aus wie Eisen. Boah, jetzt bin ich fast da vorbeigeschopst, ey. Oh, hier ist ein kleines Ding hier. Oh, gerade so. Oh, guck mal, da ist noch mehr. Ja. Da sind sie wieder alle da, ja. Helfen immer. Stein. Boah, das finde ich mir noch ein paar. Also ich finde das jetzt hier nicht so spannend wie da unten. War lustiger, ne? Ja, schon. Ich weiß nicht, ob hier noch was kommt. Aber ich bin jetzt echt voll, also ich müsste mal irgendwann was ablegen gehen. Ich auch, ich auch. Na dann. Wobei, hier ist eine braune Druckplatte, die braucht ja kein Mensch. Ach, hier sehe ich die Falle, alles klar. Ist da oben, ein Geschenkschleim. Ihr seid irgendwo oben? Ich, 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 neben mir. Ah, ihr seid da ganz hinten, okay. Ja, ich hatte auch gerade. Ich will auch so ein komischer Schleider da haben. Ja, das ist voll kröbel. Ich hab die gefunden. Da ist ja noch was hier. Was ist denn das? Eisenerz. Also wir gehen jetzt erstmal hier nach oben. Oh, hier ist Gold. Da unten? Ja. Nehme ich mir mal auch mit, weil da kann ich euch Gold hacken. machen. Damit kommt ihr durch mehr Stein besser durch. Ui. Da ist ein roter Blubbel gerade gewesen, ne? Ja, verbunden, ja. Oh, links unten scheint Wasser zu sein. Da wird das nämlich durch die Qualle erleuchtet. Jo. Oh, Silber, ja. Tot. Oh, was, tot? Warum hab ich... Du bist auf ne Druckplatte getreten. Ach, hier ist ne Falle. Achso, ich krieg Schaden. Ich krieg Schaden die ganze Zeit. Pfeilfalle hab ich jetzt abgebaut. Das war Gift. Oh, jetzt nochmal. Was ist das da oben? Achso, das war die Falle. Oh, Gesundheit. Boah, ey. Knupfen ist immer echt uncool. Sagst du das. So, ich will mal nach oben eigentlich, weil... So. Ups. Oh, sag doch mal. Gucken, wo wir hier hochkommen, ey. Bin mal gespannt, was wir da für ein Loch gegraben haben. Sind wir da links? Sind wir nicht weiter, ne? Ne. Marathon-Medaille. Hat jemand die Zeit im Blick? Ich nicht. Oh, da ist ein Geschenk-Ding. Hab ich. Achso, da ist noch einer. Hier ist noch eine Kiste gewesen. Ich will den Geschenk... Geschenk... Äh, was? Ja, hier waren wir. Ich will den auch umhauen hier. Komm doch her, komm doch her. Ich komm nicht dran, ich komm nicht dran. Au. Ist immer was schön ausgeleuchtet hier mit dem drin. Nein, bleib hier. Nein, mein Geschenk-Blubbel ist weggerutscht. So romantisch. Komm wieder hoch. Ja, ne? Ich will den O-Van. Komm her, du Schleim. Aber es wird gerade Nacht, so wie es aussieht. Das ist doch nicht schlimm. Ja, Schleim, Schleim, Schleim. Och, der hatte gar nichts. Ach, wie langweilig. Ne, dich will ich nicht. Ich dachte, die Geschenk-Dinge haben immer Geschenke. Ne. Das ist zufällig, wenn so was kommt. Schade. Boah, hier kann man gut Robes kriegen. Das ist auch nicht schlecht. Seid ihr schon wieder zu Hause? Ich bin wieder zu Hause. Ich hätte auch einen Teleportationstrank nehmen können. Ne, ich auch. Dann wären die ganzen Abenteuer nicht gewesen. Robes, Robes, Robes. Außerdem ist es dunkel. Ist es so dunkel? Oh, hier ist eine Kiste. Ach, ich glaube, hier wart ihr letztes Mal. Ja, jetzt kommt die Nachtmusik. Oh, oh. Ja, hier sind wir irgendwann mal. Irgendwann sind wir hier mal langgelatscht. Boah, Zombies stellen ja jetzt nicht mehr so das Problem da, ey. Stimmt, ich habe ja viel bessere Waffen. Oh, toll. Das Schwert, was du hast, ist doch nicht schlecht. Das Schwert? Ja. Ist das gut? Das macht neun Schaden. Ja, das macht elf Schaden. Ne, neun. Zehn, ja gut. Neun. Oder neun. Meinst du macht neun? Ja. Was? Das macht elf Schaden. Zehn. Neun. Okay, acht. Zwei. Ja. Es macht Schaden, immerhin. Ich habe da mal was mitgebracht. Ich sehe, du hast auch schon ein bisschen gespielt mit denen. Oh nein. Oh shit, es ist voll. Waaah. Na toll. Ja, ich bin noch. Ich wünsche, ich wäre voll. Scheiße, ich laufe. Ich glaube, ich laufe mal. Ich glaube, ich laufe mal lieber. Oh. Boah. Ups. Oh, okay. Wir lassen so Zuckerstangen fallen und die Zuckerstangen heilen dich. Ist ja auch lustig. Ja, das stimmt. Das habe ich vorhin auch gesehen bei dir. Um 20. Ich dachte nämlich, man kann die zum Verschönern benutzen. Wow. Nein, jetzt ist er durchgekommen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah. Von allen Seiten. Hilfe, Hilfe. Okay. Ich schaffe das schon. Ich schaffe das schon. Alles gut. So, der ist fast tot. Oh, shit. Shit. So, der, der, der. Dann der hier, der ist auch fast tot. Wir haben so viele Drecksblöcke. Ja, wir brauchen einen. Ich muss mal hier an die, äh... Oh, kommen die dann immer wieder neu hier nach. Was soll denn das? So, haben wir den. Ah, noch einer. Hier kann hier Matsch, kann man hier benutzen. Warte mal. Matsch kann jetzt hiermit irgendwie verändert oder verbessert werden. Ja, eine Zuckerstange. Die Matschblöcke, glaube ich, alle weggepackt. Kommt schon wieder neue nach, oder was? Ah. Ich weiß nicht, was du da tust, aber es klingt lustig. Ich habe hier einen Haufen Zombies. Zombies. Da. Einen Haufen Eier, äh, Augen. Ah. Ah. Äh. Ja. Ja, schnell, schnell, schnell. Pilzgrassaat. Ich habe eine Saat. Puh. Damit können wir Pilzgras machen. Puh. Einen Erz. Okay. Brauche ich. Und ich springe einfach drüber. Ah. Einfach springen. Ah. Einfach springen. Ah. Aber so wie sie quietscht, springt sie nicht einfach nur. Das sind so viele. Ich fühle mich beobachtet von den ganzen Augen. Okay. Oh Gott, wie weit bin ich denn weg? Achso, ich wollte Matsch haben, ne? Du hörst dich auf einmal so ganz komisch an. Ich? Nee. Matsch. Ja, jetzt. Oh, ich habe einen Sternchen übergekriegt. Geil. Weg. Oh, ich bin da, ich bin da. Oh mein Gott. Lass mich rein. Tür zu. Leben. Oh. 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 Matsch. Eine Linse? Kann ich die aufheben? Ja. Achso, ich bin voll wahrscheinlich, ja? Voll? Sauf nicht so viel. Oh Gott. Wie benutze ich die denn jetzt? Kann ich, kann ich das eigentlich stacken mit irgendeinem, wenn ich irgendwie so Shift-Klicke oder so zum Beispiel mache, dass sich das automatisch dann stackt? Ne? Was? Automatisch stackt? Ja, dass sich das so automatisch hochstackt, wenn man das schon in der Tasche in der Dings hat. Ja, also Schnellstapeln nutzen. Wie denn? Das steht daneben, wenn du die Küste öffnest. Schnellstapeln. Was? Ah. Cool. Wollte, er hat's gefunden, ich sage. Wollte hier. Wobei, ein bisschen Dreck brauche ich noch. Was hast du jetzt für eine komische Kiste da unten gebaut? Ja, da komme ich auch noch nicht so klar mit. Das ist ja cool. Leila, ich muss in deine Kiste, Zanzara. Okay. Hä? Ich? Habe ich jetzt zwei geöffnet? Habe ich schon wieder Lag? So, jetzt? Hm. Ich habe ein Lag. Ich habe die Uhrzeit... Da komme ich jetzt nicht mehr klar mit dieser... Ich habe die Uhrzeit nicht... Ich habe ja, sind jetzt bei 18. Puffmesser, Waschumdor. Was ist das denn? Ey, wie funktioniert die? Und die ist 14 Throwing Damage? Nein. Ich glaube, ich habe eine Waffe gefunden oder was? Achso, nee, das ist so ein Stern. Extraktinator. Extraktinator. So verwenden. Platz, Schlick und Matsch in den Extraktinator. Ja, wie kann ich das denn? Wie kann ich das denn benutzen? Sag's mir. Ich weiß nicht. Haben wir hier irgendwas, was wir stapeln? Schnell stapeln. Ach, jetzt habe ich schon wieder meinen... Stäulenstatue, das wäre ja auch was. Ah, nein. So, ich mache jetzt ganz kurz die Hose. Was habe ich denn hier alles? Ich habe hier noch so Steine. Haben wir hier eine Steinkiste? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. So. Herstellen. Eisenbeinschützer, ne? Ja. Ja. Puch. Ja, die Tränke, die braucht man ja wahrscheinlich, ja? Nachteulentrank. Erhöht die Nachtsicht. Ein bisschen Eisenerz. Can't see? Ja. Hier. Ah. Ah, danke schön. Dankeschön. Ich habe ja blühende Filze. Ja. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Ja, na gut. Dann sage ich mal auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder mit Terraria. Wie findet ihr eigentlich mein Haus? Oh, da oben habt ihr dazwischen gebaut. Sexy. Wie findet ihr mein Haus? Sexy. Das ist auch geil. Sexy, ich weiß es. Genau, dein Haus, dein Auto, dein Haus. Genau. Ich brauche noch ein paar Weihnachtsbaum-Dinger, dann kann ich den Baum ein bisschen schöner machen. Fürs nächste Mal. Der Baum sieht echt hübsch aus, ja. Ich finde besonders die Fackeln total toll. Ja, ganz genau. Okay. Bis dann, Jungs. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik Tschüss. 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 Tschüss.